Yo Leute, weiter geht's mit Super Mario Bros. 3. Ihr seht, ich habe eine Piranha vor mir und eine Burg über mir. Ich werde safen. Und... Was nehme ich? Erstmal nix. Wir sehen, was es ist. Äh, hallo? Hallo oder so. Das finde ich nice. Das ist richtig nice, die Runde. Seht ihr das auch, was ich sehe? Das ist so ein Schrott, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh Gott, soll ich ihn safe machen oder nicht? Wenn ich kaputt bin, bin ich kaputt, ne? Dann macht's auch nix. Da kann man rein? Oh, das war's schon. Ein P! Da hat sich das doch gelohnt, der ganze Aufstand. Okay. Dedel, dedel, dedel. Das hat sich gelohnt, definitiv. Wer in die Blumen ist, braucht ein Safe-Gesetz und bin mal hier reingegangen. Mal sehen, wo ich hinkomme. Dill, dedel, dedel, dedel. Toll, das bringt mir nix. Im Haupt gar nix. So. Da sind zwei Pilze noch offen. Macht aber nix, ich geh erstmal da rein. Was ist das denn schönes? Muss man hier Feuer machen oder was? Äh, hä? Okay. Ich fürchte, hier muss man irgendwie fliegen oder so. Nein? Äh, da komme ich nicht rein, Leute. Wie nice. Wo soll ich jetzt hin? Wahrscheinlich wieder runter, runter. Hä? Was? Für ne Verarsche. Ich versteh grad überhaupt nix hier. Ich steh völlig auf dem Schlauch. Hier muss mir jetzt bestimmt irgendwas, was man aktivieren muss, damit man hier eine Tür kriegt. Bin ich nämlich jetzt ein bisschen sehr verwirrt. Aha. Eww, ich hab auch vor etwas Angst, wenn ich da draufkomme, dass da alle Münzen sind und ich kaputt gehe. Höh! Ich geh nicht kaputt, aber ich fall runter. Aber hier ist die Tür, nach der ich gesucht habe. Ich hab keine Zeit mehr, ey, Scheiße. Auf keinen Fall. Halt in die andere Röhre. Mann, Scheiße. Ist auch kaum Zeit hier, ne? Ist mir aufgefallen. Ein Waschbärkostüm? Ich hab keine Zeit mehr, ey, Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hin muss. Da. 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 Beeil dich über Sperrtyp. Mit Zeitdruck hier auch noch spielen, ey. Mann, wie ich das hasse. Unter Zeitdruck spielen, das ist so ein Scheiß. Aber geschafft. Da kommen wir zum Anfang zurück. Muss ja nicht sein, ne? Krüppel. Zwei Sternteile. Cool. 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 So ein verwirrender Schmus. Ich mag es überhaupt nicht. Ich mag es ganz und gar nicht. Duchen. Hoch. Zur Seite. Boah. Haben sie denn ins Kilm geschießen, Mario, oder was? Den, den, den. Er geht mir ordentlich auf den Puppelsgerung. Achso, hier kann man nicht so gut trümpeln. Okay. Ja, und nun? Was soll jetzt? Soll ich da rein, oder was? Ha, 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 ich lasse mich schäckig. Verzoldert, wenn ich das mal wissen, fragen dürfte. Aber das bringt nichts. Also gar nicht, gar nicht. Mann, Mann. Ja, ficken. Nochmal die Scheiße. Ich will mein Kostüm nicht verlieren. Da hab ich sogar keinen Nerv drauf. Tidun, tidun, tidun. Äh. Es tut mir jetzt leid. Mir drutschen ständig die Finger aus, wie die Save-State soll. Es ist... Keine Ahnung, woher das kommt. Es ist so ne... Ich hab so Zuckungen in den Fingern. Das kommt ab und zu mal vor. Es ist schlimm. Ich kann es nicht abstellen. Ich will es auch gar nicht abstellen. Tuf, 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 tuf. Wie der aussieht, wenn er sich duckt, richtig bescheuert. Weak, weak, weak. Ich hab keine Ahnung, wo ich denn das führen soll. Ich muss doch irgendwie da rauf. Durch die Röhre. Ach so, jetzt weiß ich's. Ach so, ja, ich bin doch doof. Mann, da geht ja schon immer keiner durch die... Das wird einem anfangs ja erklärt, irgendwie, dass man da durchkommt. Lidl, lidl, lidl. Tuf, 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 tuf. Das bin ich bescheuert. Scheiße, hä, da kommt man gar nicht mit hin. Äh? Oh, Mann. Aber so. Ja, rein da jetzt. Keine Lust. Lust. Autschen. Yeah. Es ist Viertel nach acht in der Früh, Sonntagfrüh und ich hab keinen Bock eigentlich. Das Einzelne, worauf ich Lust hatte, war jetzt das hier. Ich bin ja schon mal wieder relativ gut dabei. Ich hab zwar schon wieder zwei Pilze außer acht gegessen, aber ich hab so viele Items, dass ich einfach keine brauch. Jetzt mach mal so. Es ist jetzt der dritte Pilz, den ich dann außer acht lasse, ne? Ich mach mal die acht. Gucken, was mich erwartet. Okay, lauter Piranha-Song-Steeves. Ich mach mal die Kiezen noch, oder was ist denn Schaden? Bist du bekloppt? Seid ihr bekloppt? Was für ne Frage, ne? Total bekloppt. Total bescheuert. Ach, scheiße. Krüppel-Teil. Komm, Steve, verpiss dich da um. Scheiße. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, ich scheiße. Seid ihr ehrlich, total bescheuert? Das kann ich ja auch nicht ab. Geh mal weg da, ich will da durch. Ne, ne, geh weg. Ich schupe Piranha. Scheiße, ich schmuck dir Feuer. Sag mal, geht's euch gut? Okay. Ist das behindert? Ich spiel's auch behindert. Wieso bin ich hier als komischer Krüppel-Mario überhaupt noch unterwegs? Ich könnte mich genauso gut kaputt machen lassen und dann... Oh. Und mit nem P hier durchfliegen. Oder ich könnte die Runde überspringen. Nein, ich muss spielen. Ach, scheiße jetzt. Ich bin auch doof. Wo will ich da rüberspringen? Ah. Da muss man rüberkommen. Ach so. Ey. Ich dreh hier gleich am Rad. Sag mal, geht's noch? Wieso man denn da durchguckt, ohne kaputt zu gehen? Der zielt auch noch dahin, wo ich rumlaufe. Das kann nicht sein. Guck mal, da oben. Oh. Ey, leg mich ehrlich. Das ist mir zu blöd. Ey, ist das wahr? Leute, ich mache ein Cut und gehe gleich in den Pilz und aus der restlichen Welt siebenfertig. Also, bis dann.